So, 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 so! Auf zur Feldlage! Ja, im Norden ist Urna eine neue große. Schön! Da gibt es eine M1 Grand. Hier nicht, oder was? Nee. Ja, das ist doch... Was ist das Verhalten? Aber das ist eigentlich taktisch unflug, was die Russen hier gemacht haben. Man baut kein Militärbauter unten in der Senke ein Lager auf. Ja. Kannst du schön von hier oben die Leute bespaßen. Ja. Vor allem nicht mal mit richtigen Aussichtsposten. Irgendwo im Wald, Wald, Band, Hofe. Na, ich werde mal hier oben bleiben und müssen nur vor euch aufpassen, da. Ich meine, ein anderer Spieler drauf, ne? Ja, eben, ja. Falls der hier auch ein bisschen dumm Zufall gelangt, die Schüssel kommt. Ich weiß nicht, vor einem Update hat es noch geklappt, dass man zusammen geht. Ja, da ist es schon wieder drei Zelte weiter hier. Na, sah aber meinen an. Schrecklich. Schlimm ist immer. Schau leer. Schau leer. Schau leer. Schau leer. Schau leer. Ja, wie jetzt? Ja, ist nichts. Aber der. Ne. Ne, ist jetzt noch ja nicht fertig oder was? Ne, ist jetzt nicht. Liegt da wenigstens was hier in dem Bunker drin? Nein. Ja, dann war schon Ena looten hier, oder? Guck mal, in dem Zun, äh, Antaena. Wenn da auch nichts drin ist, dann, äh, alle ja. Dann müssen wir hier rauswerfen. Dann müssen wir auch loswerfen. Ja, das ist ja hier dann... Normalerweise müsste der respawnen, oder? Wenn Ena was weg sammelt. Denn hier liegt was drin, in dem Ena-Ding. Ah. Mann, SGS. Was? Seit wann liegen die Dinger denn hier rum? Ich hab noch nie einen gefunden, in dem... Gino sind alle leer, oder? Doch, Trinkflasche, ey. Na, Trinkflasche finde ich, ja. Fisch war's. Entweder haben die da den Loot ganz runtergesetzt, dass das hier überhaupt nichts mehr spawnen. Ich baue ein bisschen was, was da... So. Was? Es war alles leer. Ich schätze mir, war schon in der Looten. Es war alles leer. Hä? Und da liegt nicht mal Schrott rum. Deswegen. Und auch fressen. Sonnewasserflasche. Jetzt 5. Nichts. Nichts. Ja, traurig. Immer mehr von erwartet. Na dann, lass uns hier hinten irgendwo auslocken. Dann gehen wir auf einen anderen Server. Gucken wir mal da. Meinst du, dass da dann was ist? Ja, wenn hier nichts ist, dann müssen wir doch mal wenigstens gucken. Zumindest probieren, ja. Damit wir wissen, ob hier überhaupt was hingepackt wird. Ja, die gucken nicht hinten bei den Dixis auslocken. Ach, sind die da, wo die immer sind? Ja. Hinten durch. Ja. Die haben sie da 1 zu 1 hier rüber geschoben, die Scheiße. Ja, ne. Hier hinter den Dixis, da sind schöne gebrauchte Gebüsche. Locken wir aus und dann... Ihr könnt euch selbst im Dunkeln da hinten lang flitzen sehen. Ja? Ja, ja. 1A. Ja. Ja. Wenn wir uns hier auslocken, gucken mal, ob wir einen leeren Server finden. AK hat er noch in der Hand? Ja. Ja. Wenn wir zum Dixis hoch und erstmal hinhocken. Und hier siehst du nichts. Geht's gerade hoch, ne? Ja. Knoppe, bist du da? Ich bin da. Gucke schon. Moment mal nichts zu sehen. Sieht alles sehr ruhig aus. Ich bin den Dixis. Nein. Sieht alles ruhig aus bis jetzt, ja. Ja. Keine Bewegung hier irgendwo. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht, kann ich mir auch nicht für verbirgen, ob hier irgendein Vogelbörn irgendwo Räume liegt und darauf wartet, dass der Engel kommt. Hier ist hier zu. Das sind da auch ein Scheißbaum hier, Alter. Lass mich doch mal hier nur... Ich hänge nach der Tür. Ja, ich hänge nach der Tür. Ja, ist wieder nur Scheiße da noch. Er war auch nicht mehr richtig durch die Türen. Ne. Alter, bleib's da hängen. Aber... Scheint keiner hier gewesen zu sein. Die sind dabei leer. Auch, ne. Er spawnt nix. Hier ist nur was zu fressen drin. Haben sie wohl was vergessen. Muss uns mal hier hinten gucken. Entweder haben sie was vergessen. Ja, ist leer. Ja, ne. Leer. Feldlager, also jetzt schon mal komplett gegen da hin zu laufen. Er spawnt ja anscheinend. Ja, zumindest das Ding hier, ja. Selbst hier drinne liegt nichts. Ja, genau. Doch, ne Wasserflasche. Ist ja noch nur sechste mit. Lass mich die mal trinken. Da ist noch ein bisschen was drinne. Ich wollt gut sagen, dazu füll ich's halt nicht rum. Also ich glaube nicht, dass jetzt hier auch leer gelootet ist. Weil irgendwas liegt immer da unten. Vergammelte Weste oder irgendwas. Ja, richtig. Ja, richtig. Ja, ja, eben. Vielleicht nichts. Dann hier für Schuhchen. Nicht mal Munition liegt hier. Gar nichts. Nur Wasserflasche. Muss interessieren. Ist da noch alles im Blick von oben? Ja, sicher. Nicht mal hier in den... Gibt's noch mal hier in zwei, drei Zelten und da nichts ist. Dann können wir hier abbauen. Ja. Ja. Bei einem anderen Umständen. Buchleer, ne? Ja, nichts. Kein... Kein... Kein Krommel. Nicht mal an die Drax. Hose. Shirt. Leer. Leer. Mal leer. Da ist was. Das ist Wasserflasche, ne? Ja. Ja, Wasserflaschen kannst du hier looten, ja. Ohne Ende. Ja, das gehört sich auch so für eine Military Base. Wasserflaschen. Da haben die irgendwas verwechselt, oder? Ne, die werden doch jetzt mal mit Looter ins System, oder was? Naja. Für sich Büchse. Scheiss. Boah, das hat doch der Enoit Urschin gesagt, oder? Das ging irgendwie verpackt. Zelte sind... Wollen sie den Loot irgendwie haben sie verringert. Meint er, ja. Ja. Auch nichts. Warte. Naja, verringert ist aber ja schön verringert dann. Lohnt sich doch ja nicht mehr hierher zu rennen. Ne. Begender Wasserflasche sich hier abzuknallen zu lassen. Ich trinken willst, dann kannst du hier hingehen. Ja. Kannst aber auch in irgendeiner Stadt einen Brunnenhof suchen. Bist du, glaub ich, besser bedient als wir. Weil ich kann euch da eins auch umher flitzen sehen. Ja. Alles Ding, ja. Psst. 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 Nix. Ich glaub, die Dinger sind doch verpackt, oder? Also... Ja, dann lass uns hier abrundeln. Absetzen, würd ich sagen, ja. Ja, lass uns hochzuschnappen. Bevor irgendwie noch jemand zu Schaden kommt hier gegen eine Flasche Wasser. Ja. Ja. Ja, klar ist. Ja, nicht, oder? Okay, die Dinger sind erstmal wahrscheinlich nach einer Woche geknickt, bis sie was überhin gekriegt haben. Weil ich mich jetzt so drauf gefreut. Das war das erste Jahr, wo wir nicht gekickt werden. Ja, schon lange nicht mehr gekickt worden, ja. Ist jetzt schon mal seit dem Update richtig modern geworden, ja. Ah cool, wo bist du? Direkt vor euch, ja. Ach dann. Muss ich ein bisschen rüberkommen, ja. Ja. Na komm, ich muss uns zurückgehen. Ja, wie gesagt. Und dann auch noch so gefährlich hier, ne. Also, kannst du ja alles wunderbar einsehen, ja. Also, ich würd' ja sagen, wir gehen jetzt runter nach Selenoworst. Nimm da mal die Military Base mit, ob da nochmal drin sein sollte. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch, die neue im Norden gleich zu erkunden. Ja. Je nachdem, ob ist da ein Zeltlager oder eine richtige... Military Base steht da. Ja. Da steht Military Base, mehr kann ich nicht sagen. Ja, ja. Was ist das? Und wenn da auch wieder nur so scheiß Zelte hingestellt worden sind. Military Base. Guck mal. Die, so wie die unten im Wald sind. Ja, ganz gut, wär ja weit weg, ja. Ja, die ist Norden, lieber Nord-Ost, lieber Nord-West empfiehlt. Ganz oben in der Echte der Karte. Naja, das hier bei Michonne ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Noch nicht. Ne, noch nicht. Und alleine hier herrufen, ohne Sicherung ist es natürlich auch ein bisschen krug. Mit Sicherung geht's ja. Ja, mit Sicherung geht's ja. Wenn man mal ohne ist. Ja, ist sowas. Vier Leuten kann man das hier machen. Das ist Airfield. Oder Airfield sage ich schon. Feldlager, ja. Feldlager, Feldlager. Einen oben mit einem Sniper. Der hat dann noch ein Schnellgewehr oben. Bei unten mit einem Schnellgewehren, wenn man lepert. Ja. Da ist ganzer Server. Dein Server. Da vor allen Dingen ist nicht immer Loot drin. Klar nicht. Aber Wasserflaschen halt, ne. Hier steckt keine Ahnung, wie viel da oben lagen. Ja. Und dann lässt du dich auch gar nicht für die Pisser. Haha. Server, Neustart in Mechonien. Auf ein neues. Wie soll hier denn gehen? Habt ihr eigentlich weiter rechts gegangen? Naja, ja. Weiter auf den Bewegen, ja, ja. Der zeigt mich jetzt nicht. Die grüne Dusche, die Döns vor der Nase. Da sehe ich sie, keine Bewegung gar nicht. Auch nicht. Wenn du die Dixie sehe, hochmischte. Ja. Von mir ist euch der auch nix. Ja, ja. Denn... Du musst einfach mal No Rest No Fun, oder? Na, aber... Dann... Run Forrest. Das wäre ja dann natürlich super ekelhaft, wenn ihr wirklich nix schlägt. Jo. Wasserflasche hab ich schon wieder gefunden. Ne. Weltflasche, oder? Ne. Stinknormale, große. Ist da irgendwas drin? Nein. Gut. Die Geschichte erledigt, okay. Lass mal hinten in die Mannschaftsbude gucken. Ja. Da liegt ja in der Regel was. Aber nichts. Nichts. Sind leer, die Dinger. Na gut, gucken wir mal in die Mannschaftsbude. Nix. Null. Auch nicht im Fahrzeug, oder so. Mannschaftsbude ist... Meins, meins, meins. Ja. Bei den LKWs, oder irgendwas liegt was rum. Weißt du, Schnuppe? Wo sonst immer ein Stiefel oder irgendein Flitter lag. Naja, klar. Vor allem liegen... Lagen eigentlich an den... Fahrzeugen lagen meistens immer irgendwelche Gnarden rum, ne? Wie so... Karabiner hier durchs... Ja, er ist... Wenn du mal reinkommen willst... Ich hab was Neues gefunden. Warte, ich bin schon wieder. Ja. Oh, dein Helm. Mit Wiese, ja. Sagt der hier? Aha. Muss ich's sehen, hast du denn noch? Ja, cool. Guck mal, hier liegt die Paprika am Boden. Die werken mir gleich Kredenzen. So aus, als wenn das nur noch der abgeschnitten Oberteil ist. Jetzt... Jetzt hab ich aber meine Verhältnisse, kann ich jetzt nicht mehr abziehen. Na gut, dann lass uns in die andere Militärways gehen. Brauch ich aber wahr, ist das hier im Magazin? Wo wollen? Ein Makarov-Magazin. War auch wer? Ne. Hm... Gab's wir? Ja, bringen wir mit. Hier ist noch was zu fressen. Ja, ich komm nicht durch die andere Dach. Gut, dann gehen wir jetzt nach Selenogorske in die Militärbase. Und wenn da nicht ist, dann gehen wir in die andere Militärbase. Wo die ein, zwei, drei, vier, fünf Baracken sind. Würde ich sagen. Ist wirklich mies, ey, das ist mies. Ja. Na ja, jetzt wissen wir das aber, weißt du. Dass hier wirklich bloß so wenig Kram rumliegt. Ich sag mal nochmal den... Die Bestätigung durch den Server-Neustart. Knoppe? Ja, bitte. Kommst du? Wo seid ihr denn schon? Bei der ersten Bannreihe auf dem Berg. Ist der da oben, ne? Ja, guck, ihr seid links von mir, ja. Ja, da seid aber. Hier, ich bin oberhalb von euch. Wo denn? Seht ihr schnell. Ab da. Ab. So sieht das Visier aus, ja. Hier, warte mal. Achso. Zeig mal her, hier. Und so hübsch. Ja. Meiner. Dann lass mal Richtung Green Mountain gehen, wa? Alter, das ist ja richtig hübsch. Ist ja noch wie neu. Ja. Schön. Kann ja noch ein Magazin kurz werden. Noch nicht mal ein Kratzer, dann hat der... Fähne nicht. Ach, passend. Mach da jetzt gerne ein Screenshot, was ist denn das hier? F12 ist das, oder? Ja. Wird nix. Ja. Mach da denn das nicht. Wer von euch beiden hat denn jetzt den Helmhof eigentlich? Ich. Weil du machst ja gerade schonmal hier Mongodans. Ja, wie hast du denn das gemacht gehabt? Das ist ja... Ja. achso ich müsste alt loslassen ist doch pisse wie willst du hier vernünftige screenshot machen du musst wenn der alt loslässt ganz schnell auf 12 drücken das ist immer ein bisschen bescheiden ja warum drückt ihr denn alt? damit du den charakter drehst damit du siehst was da ist? ach doch einfach ein doppel doppel alt und dann kannst du da ein pfeil drehen ne dann dreht er den kopf halt warm wo für? oder ein kombat knif zum beispiel? ja muss ich so ins kisten? hm ding ja dann stopp deine taschen voll mit der scheiße packst ihn in die kiste dann hast du deine ruhe 75er marathine sind jetzt nicht so falsch stopp ein stück davon ja aber in die kiste kriegste 300 schuss und nimmt nur vier plätze weg dann liegt schon mal nix im gang komisch dann liegt einfach mal was im gang versteht versteht ja 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 oben ist auch hier ist noch so ein gorka am legendary helm ja der nimmt nix dann der ist badly damaged den willst du wahrscheinlich nicht ach herauf ist er auch nicht gedamaged ja der ist ein militär rucksack in der zelle das ist der helm da oder was? ja ja da oben ist auch ne spring ne sonnenbrille sehr sicher das okitokitokit war gar nichts drin gewesen zwischen ja gewesen dass die Na dann runter. Das ist gestalt. Oh, man kann ja die Treppen runterrennen. Ja, kannst auch hochrennen. Hier noch rum. Hab ich eigentlich nicht gedacht, dass überhaupt nichts schlägt. Äh, wo soll der hin? Na raus. Vor der Tür. In den scheiß Turm guckt man nicht rein. Links. Andere Seite. Andere links. Ich hab nicht mal ne Halb-Sympfie-Munition mit... Oh ja. Ja, gut schlimmer. Na eins hat's verloren, ne? Ja. Na, dass die scheiß Magazine immer noch aus der Waffe glitschen, das ist natürlich ein bisschen ärgerlicher. Ja. Ja, das war ein 30er. Es wird halt auch neue Nachlade-Animationen geben. Ich hab also nichts gesehen, der hat immer noch ein Luftmagazin reingeladen, sag ich mal. Ja. Ja. Genau. Das knallt zurück. Das knallt zurück. Ja. 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 Das knallt zurück. Ja. Mach mal das hin. Oh. Oh. Oh, Isolde. Nee. Helmut. Ist das bei dir? Ja, ist bei mir. Mal hier mit ihm ein bisschen Fangspielen. Ja, ist noch. Amouflage, Gorka, aber ist schon nicht. Naja. Und jetzt vielleicht? Ist ja in der anderen Baracke drin. Alter, hallo. Gattel, das liegt hier. Die Smurge Backpack und Smurge West soll die zusammenspauen. Ja. Haben sie erzählt, aber. Mhm. Auch Gorka-Pants. So. Und hier ist nochmal Gorka-Hose. Braum. Hm. Nix. 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 Mal, lass uns ins Gefängnis gehen. Ah, da rum hast du schon geprüft. Mhm. Oh, wer ist? Der Mann in der, was in nichts kommt. Kann man schwach ins Auge gehen? Oh, hier liebt ja viel Loot rum. Eieieiei. Nein, Gott. Hier ist ne Kiste Bären-Munition. Mach mal Gorka-Pants. Ein Gott. Zwei Kisten-Bären-Munition. Mhm. Eine Sonne am Tisch. Noch ein Makarov-Magazin. Erst gedacht, dass er hier gestorben ist. Ich schlag da rum. Ja. Oben ist noch ein Makarov-Magazin. Und ein Krims-Bahn. Ne, das ist alles in Ordnung, was hier lebt. Eben. Ich hatte aber erst gedacht, dass er gestorben wäre. Ja. Warum liegt da so viel Zeug rum? Ja. Schicks. Da nochmal drinne. Ja, weil die damaged. Und da auf dem Bett. Hätte die Döns halt nicht geguckt. Salinen weg. Oh, sogar Pristine. Da muss ich was rausschmeißen. Oben war noch ein Makarov-Magazin, ne? Wir legen da mit. Du nicht, aber... Ja, warte. Wollen wir erstmal einen trinken. Auf die tolle Nachricht. In der Hütte da hinten drin, oder was? Oben auf dem Bett. Achter. 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 Alter, was denn da? Was denn? Na hier oben. Soll'n da sein. Was geschah. Na hier liegt ja Zeug rum. Ja. Na hier oben. Oah. No. Ja, ja. Oh. 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 Ich habe hier keine Vorka-Pans mitgenommen, Hosen. Schon merkt man es rein mit. Ich schätze mal, die Dinger sind doof verpackt, wenn die Zelte verpackt sind. Da fährt jetzt noch eine Kranau, oder? In der Baracke? Ne, ich scheine aber auch relativ selten zu sein. Ne, ne gar nicht. Wochen hier? Es ist aber nicht die Idee gewesen, dass wir das, sag ich mal, so machen. Entweder auf oder zu. Schau mal, die letzten beiden Türen sind wieder auf. Ja, das habe ich schon. Wenn da nichts drin liegt, dann muss ich auch nichts sagen. Ist es oder? Oder Gorkajakka. Achso, dann liegt ja nichts drin. Ja, eben. Ja, ohne Soda. Oh, Hunting Backpack. Wie? Oh, es liegt ja nichts drin hier. Ja, auch ja jeder. Ich werde trotzdem Ansagen. Wenn es keiner braucht von uns, dann braucht es keiner. Machen wir erst die andere Hütte. Ja, aber. Wollen wir runter gehen? Ja. Ja, dann kommt erst mal. Vielleicht finden wir hier wieder in einem Kacken hier. Ja, hier ist es ja ziemlich beliebt hinzulaufen. Ja, da brauchst du ja bloß auf die Geräusche achten. Darum bin ich so leicht. Ich mach zwei andere mit drauf. Hm. Auch wenn er da ganz laut drückt, dann hörst du doch. Ja. Und raus. Wir müssen nur die Erf und die Weg machen. Tür öffnen, Tür öffnen, Tür öffnen. Tür öffnen, Tür öffnen. Tür öffnen, Tür öffnen. Mensch, das ist ja nicht hier G meistert, oder? Nein, Gott, haben die sich da mir gegeben. Oh, hier ist keine Weste. So, hier ist eine Schmuddelhose. Ja, bitteschön. Ja, diese Kingdom-Ubi. Das ist ein Teilkapazität, Mr. Ja. Was, wirklich? Ja. Ja, das ist etwas. So ein grüner großer Rucksack. Da unten liegt auch noch was. Hier ist noch ein Mr. Normale. Oh, was liegt hier oben? Nein. Da ist auch nichts. Ne. Brauchen könnte. Hier liegt unten so eine Schmuddelhose. Ja. Nee, Schmuddel-Niggi. Was raus da? Komm raus. Links. Taus. Taus. Ents. Und dann kommen da drauf. Herr. Ja. Ich glaub mal hier irgendwo rein, von der Seite, ne ne? Ja, du solltest schon ein bisschen verdeckt gehen. Und mal so ein Zombie-Agrofe, irgendwen, ich glaub aber sonst. Komm herr. Da sind mir die ersten, die letzten beiden offen Ein Kartoffel liegt hier rum Sion, Dauer, Ballistikhelm Hier ist einmal nischt Oh, komisch war das Lack hier immer alles voll Was auch lustig ist, dass die Türen, die offen sind, immer in die andere Richtung aufgehen Jetzt noch eine Gorka-Jacke Schlagging und sowas haben wir noch nicht gewonnen, ne? Ne Wieso kriege ich das jetzt nicht auf? Ne Ballistikhelm Ne Der letzten ist nix Oh, Schockern-Munition und ne andere Band Keine Asyl-Testschweiler Hier sind da würsige Rocksack-Stiefel In den anderen ist das hinten drin Ne Gerade kann ich mal hier gucken Schöner Hut, das war's Hm Dann lock ich mich hier oben im Wald aus Auweia Und jetzt? Mit dem Wegsaar gehen Wem dann? Kann ich mir noch überlegen Ich lock mich jetzt hier oben im Wald aus Lassen wir Oh, okay Huh Da sind hier ne schöne Pfanne Hm? Ich hab da keine schöne Pfanne Wo seid denn hier hin? Einfach hier oben im Wald irgendwo ausgelockt Aus dem Maus Mickey Maus Oh Oh seit 12 Sekunden Sollten wir Sollten wir Feierabend haben Ne, sollten wir nochmal looten Ja, dann geht das Feuer auf den Ofen Und dann geht das Feuer auf den Ofen Und dann geht das Feuer auf den Ofen